Los geht's, weiter geht's, hier in Minecraft. Wir waren dabei, unser Lager zu bauen. In der Tat. Und ich hatte ein paar Bäume gefällt. Ich hab Holz im Milientar, keine Ahnung. Hatte ich Bäume gefällt? Ich hab ein paar Bäume gefällt. Ja, aber warum hab ich Holz im Milientar? Hm, ich... Hm? Oh, ein Zombie, der badet. Hm? Hallo, Baden-Netz-Zombie, darf ich dich umbringen? So, bop, 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 bop. Toll, jetzt komm ich hier nicht mehr raus, ganz klasse. Super! Wir müssen hier irgendwo auch noch eine Leiter dran bauen, falls meine reinfällt. Nee, das soll ja dann auch ein bisschen flacher werden dort. Wie flacher? Achtung, kommt Holz runtergefallen. Ähm, naja, flacher, würde ich meinen. Na, egal, jetzt. Oh, es wird Abend, super. Wir haben angefangen. Ja, ich hab eigentlich gar nicht angefangen. Nicht kaum, sondern absolut gar nicht. Ich hab's immerhin geschafft, einen Zombie zu töten und... ... einmal drumrum hier zu schwimmen. Einmal drumrum hier zu schwimmen. Gutes Deutsch. Drumrum hier. Blöpp, blöpp. Ja, wir starten natürlich direkt, äh, wieder in der Nacht, genau. Also, wenn Nacht wird. Achso. Bist du schon im Bett? Nee. Ich bin hinter dir. Bist du jetzt im Bett? Ui! Ja. Haben wir Steine? Nee, ne? Ähm, ich befürchte nicht, in dieser... Also, in einer Kiste waren, glaube ich, noch welche. Warte. Warte, warte, warte. Irgendwann war da noch was. Das ist ziemlich schlecht auch. Ja, hier sind genau acht. Äh, sechs. Doch, so viele, ja. Sechs. Nicht acht. Nicht mal acht. Aber du hast gecheatet hier. Ich hab... Während ich nicht da war, hast du ganz viel Holz gesammelt. Ich wollte nur die Arbeit hier erleichtern, damit du das nicht alles jetzt machen musstest, weil das wäre auch, glaube ich, ziemlich langweilig. Und die armen Menschen, die wir die ganze Zeit dabei zugucken wollten, wie sich einen Baum nach dem anderen fällen, den... den beraubst du jetzt ihrer vergeudeten Zahl... Aber abgesehen davon... Äh, was? Hätte das wahrscheinlich eh ich machen müssen, weil du irgendwie in die Miene gegangen wärst, um Steine zu farmen. Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Das kann gut sein, ja. Aber trotzdem, die armen Menschen. Wie kannst du's nur sagen? No, die armen Menschen, der spart jetzt... Die bleiben jetzt... ach, du weißt schon. Also für die, die das jetzt nicht gecheckt haben, Unicorn Squish hat off-screen Bäume gefarmt. Die Böse, die Böse, los. Wie konnte ich es wagen? Off-screen Minecraft zu spielen. Als ich Lust darauf hatte. Ja, genau das... Wie konnte ich es wagen, dir die Arbeit zu erleichtern? Ich weiß nicht, wie ich hier die Ecke bauen soll. Wie konnte ich es wagen, uns zu schauen, eine derart spannende Erfahrung, die des Bäumefels zu... zu... ver... ver... Weißt du... Kannst du mal hier unter mich gehen? Da sind zwei Holzbäume auf dem Boden. Mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein. Zu... Weigern? Weigern. Weigern. Danke, danke. Fa... 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 boah... こ母a... fa... 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 Nein, oh! Das waren die falschen. Also das falsche Holz, was ich weggebaut habe. Das war das, auf dem ich stand. Das war nicht so cool. Nicht so cool. So, hast du noch ein Essen? Wie laut die Musik plötzlich ist. Manchmal höre ich die gar nicht. Und manchmal ist die so laut, dass ich fast dich nicht mehr reden höre. Bei mir hat es, glaube ich, auch gerade Musik angefangen. Oder ich höre deine mit. Das kann natürlich auch sein. Soll ich mal irgendwie... Nein, nein, nein. WCF, das habe ich jetzt getan. Soll ich... Nein, nein, nein. Hier unter mir ist Holz gleich wieder. So. Was willst du denn machen? Ich wollte vielleicht Steine farmen oder so. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Aber willst du mitmachen? Ich komme gleich mit, ja. Ich will nur noch ein bisschen Grundgerüst fertig bauen, glaube ich. Okay, aber ich muss mir erstmal wieder eine neue Rüstung machen, glaube ich. Mach dir dabei eine neue Rüstung. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach komm, Musik, jetzt übertreibst du mal nicht. Ist auch noch ewig lang irgendwie. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Soll ich hier denn... Wie, was ist ewig lang? Die Musik. Irgendwie fern. Ach, die Idee... Die Idee dauert so lange. Hä, wie machte man dann nochmal Schuhe? Ähm, zweimal zwei. So nebeneinander. Wie halt Schuhe so sind. Zweimal zwei. Ja, rechts und links. Jeweiß zwei übereinander. Hm, okay. Ich hatte die Schuhe erst mehr schuhförmig gemacht. Mehr schuhförmig? Ja, dann passen sie nicht nebeneinander, glaube ich. Guck mal, jetzt schon eine Wand fertig. Uh. Warte, ich möchte... mehr sehen. Uh. Hübsch. Erkennt man das so ein bisschen als Fachwerk aus? Ja, so ein ganz bisschen. Mäßiges irgendwas. Sieht eigentlich mehr aus wie so ein X, also so ein Muster irgendwie da drauf. Ah, super. Aber ist schon okay, denke ich. Ja, guck sie dann mal selbst an von unten. Wenn du das sagst, glaube ich dir das. Das ist ja freundlich von dir. Fünf. Ui. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ui. Aber ich sollte was essen, bevor ich an Dauntoren runterhüpfe. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf. Hui. Eins, zwei, drei, vier. Ja, es sieht nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber wie will ich es denn alles machen? Hm. Na, egal. Können wir uns ja dann später noch überlegen. Hm. Dann lass uns erstmal in eine Mine hinabgehen und Steine sammeln. Yay. Yay, Freude. Jetzt bin ich auch wieder ein Blechmann. Juhu. Blechfrau. Blechfrau, ja. Zieht man aber nicht unter der Eisenrüstung. Das stimmt. Erstmal das Zeug wieder reinschmeißen. So. Und dann mach ich mir noch fix zwei... Wann tun wir irgendwo hier? Zwei Spitzhacken noch schnell. Mach das. Bei Eisen, ja. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Bla 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 bla. Wo gehen wir eigentlich erst hin? Ah, ich hab ja noch Sticks. Äh, in die Mine? Ja, aber auf welche Ebene hier? Ach so. Na, geh du einfach vor. Keine Ahnung, irgendwo hin? Wee, 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 wee. Wee, 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 wee. Also mach die Musik gerade. Das ist gerade diese wee, wee, wee. Ach, jetzt hat sie bei mir aufgehört. Das hat sie wohl bei dir angefangen. Lass uns hier reingehen, wo wir schon mal irgendwie rumgebuddelt haben. Woop. Und lass uns in die Richtung weitermachen. Uuuuuh. Hier ist nix, da ist nix. Dann können wir hier weiter. Ich höre irgendwas Zombie-mäßiges. Vielleicht können wir ja mal die Kreuzung entfernen, die mich immer so nervt. Und über uns zubauen, damit hier nichts runtergefallen kommt. So. Bop, 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 bop. Bop. So. So. Zack. Jetzt sind wir jetzt sicher. Oh, hast du Fackeln? Oh, ich hab Fackeln. Okay. Ich hab auch Fackeln. Sonst hätte ich hier gerade keiner hingehängt. Weißt du. Ach so, du hast da... Hab ich nicht gesehen. Tut mir leid. Eisen, Eisen, Eisen. Blöpp. So relativ viel. Großes Eisen vorkommen. Ist doch gut. Blöpp, 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 blöpp. So nervig mit den ganzen Steinen. Irgendwie, wenn man es nicht braucht, hat man unendlich viel Dreck und unendlich viel Gobblestone. Aber wenn du das brauchst zum Bauen und verwenden willst, hast du nie was. Naja, es geht halt auch schnell, ja. Ach Mist. Man verbraucht halt auch immer ziemlich viel dann. Ziemlich schnell. Warte. Fackeln drunter bauen. Bau mal unten ab. Okay. Warte. Das ist voll lustig. Findest du dich auch? Yep. Blöpp, 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 blöpp. Oh, hallo, Creeper. Oh, hi, Creepy. Steht der da plötzlich. Der hat uns aber irgendwie nicht mitgekriegt. Nö. So, ich esse erstmal fix was. Guck mal, der Bledermaus. Slady. Ich muss um die Ecken gehst. Okay, hier ist ein Skelettiges. Hier vorne ist es, ja, hier ist das Skelett. Ups, wo habe ich jetzt mir noch angeräumt? Oh, mach schon wieder weg. Ja, ist tot. Oh, hier ist ein Hauf, ein Polo. Getötet. Die, ich will einsammeln, Bär. Oh, hier ist eine normale Spinne. Hier noch ein Skelett. Ich kann aber nicht zuordnen von oben. Und hier Blubot. Ah ja, hier, hier ist noch eins. Blubot. Hier kommt Wasser. Was ist hier so? Dann kreuzt sich das hier einfach. Komm, wir bauen hier einfach weiter ab. Okay. Kreuzen sich hier zwei Wege. Hier noch ein Skelett. Vorsicht. Ah ja, was soll's. Wird schon vorbeikommen, wenn's uns sucht. Super. Findest du nicht? Dann lieg ich tot auf dem Boden. Hast du nur noch ein Herz, oder was? Nö, ich mein nur so. Ach so. Nur so. Blub, blub, blub. Prinzipiell würde ich ja gerne unten, ganz am Boden bauen. Also abbauen. Wegen Diamanten und so, weißt du? Ja. Aber da ist halt so viel Lava. Das ist voll doof. Das ist immer so ein Zwiespalt. Gesehen davon stoßen wir eh nie auf Diamanten irgendwie. Ach, ein paar hab ich in der alten Welt, da ganz unten in der Mine, wo wir auf Lava gestoßen. Das ist schon gefunden, aber nicht... Keine Ahnung. Es waren sogar relativ viele, glaube ich. Aber es war trotzdem ziemlich nervig, die ganze Lava da wegzubekommen. Naja, aber das können wir dann später mal noch. Jetzt wollen wir erstmal das Lagerhaus bauen. Und dann mach ich mir Gedanken zur Mine. Also zum Eingang zur Mine halt. Wie man runterkommt. Weiter bauen. Keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen ausschauen. Ich höre hier rechts, glaube ich, Lava. Ich höre irgendwas blubbern hier. Ja, ich höre auch was blubbern. Ganz leise irgendwie. Hm, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir irgendwie... Hm. Plötzlich wieder überrascht werden. Blöpp. Blöpp, blöpp, blöpp. Oh, hab ich jetzt deine abgerissen oder meine? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Vor allem hatten wir uns wieder zugleich dieselbe Idee. Tja. Im gleichen Moment. Stell dir mal vor, wie schnell das jetzt mit so einer Diamantspitzhackgänge, die verzaubert wäre, mit einem Schlag die Steine weg. Oh. Das wäre krass, oder? Das wäre schön. Wo baust denn du hin? Äh, ich hole das Eisen. Ach, da war Eisen. Ja. Hab ich gesehen. Plötzlich ist er links, äh, rechts verschwunden. Links. Äh, links, ja. Links, äh, rechts, ja. Links, äh, rechts, ja. Geradeaus. Eigentlich müssten wir auch die Bibliothek des Dorfes bauen, oder so, um dort unseren Verzauberungstisch hinzustellen. Ja. Das kommt dann alles noch. Das ist doof, wenn man das, wenn man das gerne, ähm, Ding sich bauen möchte. Wie nennt man das? Weiß ich nicht. Also, dass es auch benutzt wird. Weißt du, dass du nicht einen Raum hast, wo du jetzt Bücher hinstellst und einen Verzauberungstisch einfach so irgendwo hin, sondern eine Bibliothek baust mit den Büchern. Und den Verzauberungstisch. Musst du nicht auffüllen. Ist egal. Oh nein, Spitzhacke kaputt. Ich mag das nicht. Also ich find's blöd, dass Bücher, Buchregale immer so, äh, teuer sind. Und, also was die Materialien angeht. Mhm. Also die sind irgendwie schwer zu erfahren, find ich. Das dauert immer so ewig. Wenn du die Mühe hast, geht's doch eigentlich. Ja, aber keine Ahnung. Also, es dauert immer so ewig, die dann nachzuzüchten und dann droppen die plötzlich kein Leder und so. Na gut, man kann ja jetzt auch Hasel abfarmen. Aber das ist trotzdem nicht das Gleiche. Dann brauchst du aber noch mehr Hasenleder, um normales Leder damit zu machen. Mhm. Außerdem sind Hasen. Das bringt auch nix. Wirklich. Also du kannst, wenn du Hasen tötest, um Hasenfleisch zu machen, kannst du das Leder auch benutzen. Ist nicht verschwendet, aber Hasen zu farmen würde länger dauern als Gefühl. Ja, schon klar. Ähm. So. Oh, guck mal, da ist Andesit. Oh, hallo Andesit. Ich kann das immer noch nicht so richtig von Gravel unterscheiden. Hm. Naja, doch. Gravel ist anders. Oh. Toll. Und guck mal, Granit auch. Das kann man schlecht von Dreck unterscheiden. Das macht nur nicht, wenn du drauf haust. Hm. Sondern blöpp. Blöpp. Das kann ich irgendwie eher von Dreck unterscheiden, als das andere Andesit von Gravel. Nö, ich nicht. Also es kommt drauf an, ist halt heller als Dreck. Aber wenn du jetzt ein bisschen im Dunkeln bist, ist es schon... Guck mal, guck mal nach hinten, sieht voll cool aus. Ja, wir haben schon einen ziemlichen Gang gegraben. Hm. Ich würde doch sagen, wir hören jetzt gleich erstmal auf, ja. Hören wir da ein bisschen was. Ja. Ich meine, wir werden wahrscheinlich eh noch ganz schön viel brauchen, bis dort und so. Joa, boah, erst mal. Ja. Wupp, kommt da eine hin. Ans Ende des Ganges. Ein Licht am Ende des Tunnels. Wupp. Hey, hör auf weg zu sprinten. Ha. Jetzt hab ich dich. Was, was? Was, was? Fängt ja vorbeigesprintet. Hier geht's rum. Wupp. Oh, ich glaub, es ist dunkel draußen. Ja, wie immer. Irgendwie. Wenn wir ja gerade auf hier fertig sind. War schon einmal Tag, als wir fertig waren? Äh, weiß nicht. Hoffentlich steht keine Hexe auf unserer Haustür. Oder wird jetzt hier ein Creeper oder so. Zombie höre ich noch. Viel, oh fuck. Shit. Soll ich aufbleiben? WCF. Ach du Scheiße. Hier ist echt sehr viel los. Aber nur keine, also keine Creeper. Aber, WCF? Creeper hinter mir. Was? Wo? Hinter mir. Achso. Achso, ist ja nicht so schlimm dann, ne? Ja, nein, ich mein nur, ich dachte nicht, dass ich reinlaufe, weißt du? Warum ist der denn jetzt explodiert? Mensch, ich hab da noch einmal draufgehauen. Zombie. Noch mehr Zombie. Ach, hallo Creeper. Im Haus, ähm, im Lagerhaus ist Creeper. Hier ist alles wohl. Oh, neben unserem Pferd steht ein Creeper. Ja, ach was, den meine ich doch. Achso, hallo Creepy. Hä? Der bewegt sich nicht. Oh. Okay. TF, jetzt, oh, fuck. Ähm, was ist denn mein Bogen eigentlich? Ach, der ist kaputt. Also, ich weiß nicht, irgendwie hab ich's nicht drauf, irgendwie. Schnell, schnell, schlaf, 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 schlaf. Oder können wir nicht? Doch, geht. Fix. Uh, ich hab den Weg zerstört. Also, eigentlich hat der Creeper den Weg zerstört. Stein. Ah. Ja, also nur zwei, aber trotzdem. Ähm. Oh. Bling, bling. Ich seh dich, Skelett. Oh, hallo Creeper, hallo Creeper. Da sind noch Porn. Ja! Das Skelett ist extra ins Wasser gesprungen, damit's nicht verbrennt. Wo ist es? Das hat sich untergestellt. Die sind schlau. Gar nicht. Krass. Wo ist denn der Creeper? Da hinten sind. Was heißt hier der? Die. Genau. Aua. Aua. Aua, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Äh, was denn? Oh, das Skelett hat ein Skelett getötet. Okay. Ach, scheiße. Uh. Ich kam nicht ran im Wasser, Andy. Oh, ne. Was denn? Jetzt hab ich aus Versehen die Spinne getroffen, als ich auf den Creeper geschossen hab. Ich hätte gedacht, er tropft vielleicht mal seinen zauberten Boden, wo, Boden? Bogen? Aber er wollte nicht. Du hast jetzt eine Spinne geärgert. Mhm. Hey, der Creeper kann nix dafür. Mann, sei doch mal ein bisschen freundlich. Oh, da ist ein Enderman. Wo? Wo ist er hin? Ich hab gar keinen gehört oder gesehen. Da stand grad einer. Da stand grad einer. Tja. Zack, ist er weg. Zack, hat er sich ver... So, ich muss erst mal... Vor was? Vor... Kochen. Ach, komm. Was denn? Das wollte ich grad machen. Ach so, Entschuldigung. Mensch. Naja. Keks. Bauen wir ein paar Leitern, bitte. Wie du aussiehst. Wie seh ich denn aus? Mit Pfeilen gespickt, bestimmt. Ja. Äh, was? Ich soll Leitern bauen? Ja. Wie macht man das? Mit Sticks? Ja, drei Sticks links, drei Sticks rechts und einer in der Mitte. Okay. So weit ich weiß. Oh, ich dachte irgendwie, das wäre eine Zäune. Macht das nicht immer Zäune? Nee, ich glaub nicht. Okay. Okay. Hier kommt ja dann der Boden rein. Da müssen wir uns dann noch was überlegen für den Boden. Wie viele Leitern denn? Ähm, ein paar. Egal, wir brauchen bestimmt noch. Ich brauche auf alle Fälle für die Mine welche, also mach einfach ein paar. Na gut. Blöpp. So, und dann mache ich hier noch zu und... Ach so, da ist noch relativ viel zuzumachen. Reichen neun? Ähm, erstmal ja. Okay. Dann, ähm, kannst du die reinbringen? Ja, sofort. Ich lege noch gerade die Knochen ab, die ich in dieser Nacht erbeutet habe. Du erbeutestest Knochen. Ich erbeutete Knochen, ja. In der Tat. Äh. Oh, hey, da bist du ja. Oh nein, die wollte ich nicht meine Spitzhage zu öffnen. Ich wollte eigentlich... Ähm, komm mal mit und wir schauen mal, wo wir die Leitern hinsetzen jetzt hier im Lagerhausen. Oh, gut. Ähm. Ich würde die jetzt entweder, entweder, wo habe ich denn die Fackeln? Hier. Zwischen die Türen. Eine nach oben. Mhm. Obwohl man dann vielleicht immer aus den Türen rausrennt, die Leiter hochrennt oder so. Oder vielleicht drei Leitern neben den Türen. Mhm. Obwohl ich nicht weiß, ob das vielleicht komisch wäre. Oder hier eine Leiter. Mhm. Oder halt, ähm, eine Leiter hier und eine gegenüber zwischen den Türen. Also das finde ich so die besten Plätze irgendwie mit. Ja. Okay. Ähm. Entscheid wie du willst und dann bau die Treppen. Äh, die Leiter darauf. Höhne, höhne, höhne. Höhne, höhne, höhne. Höhne, höhne, höhne. Höhne, höhne. Höhne, höhne, höhne. Mehr habe ich nicht. Na gut. Dann würde ich jetzt da eine Fackel hinhängen und da eine Fackel und da eine Fackel und da und da und da. Und da und hoffe, dass es am, äh, genug beleuchtet ist. Da musste man noch eine Leiter bauen. Höhne. Oh. Äh, bumm. Das finde ich jetzt. Ja. Leiter in den Videospielen. Da-da. Ich habe nichts Schlimmeres. Ich falle grundsätzlich überall runter, egal welches Spiel das ist. So. So. Jetzt wäre noch die Frage, sagt ihr die Anordnung der Drohnen zu? Boah, die Musik geht wieder ab. Bei mir ist keine Musik da. Höhöhö. Die Anordnung der Drohnen. Ehrlich gesagt, das in der Ecke finde ich nicht so cool mit dem Crafting Table hier. Naja, das war nur so eine Idee. Den kann man ja da auch wegtun. Hm. Oder man setzt die Drohnen halt noch eins rüber. Hatten wir nicht irgendwo noch Drohnen? Ich dachte, ich hätte noch irgendwo welche gesehen gehabt. Bin ich doof? Hatten wir nicht noch Drohnen irgendwo in der Truhe? Ähm. Ach ja, hier sechs. Ich glaube schon. Ja, ich habe sie gefunden. Ähm. Ähm. Also die würdest du... Also die würdest du... Hörte ich hier gerade ein Skelett. Ähm. Willst du die dann eher so setzen oder was? So? Ja, würde ich glaube ich schon eher machen. Ich meine, der Crafting Table kann meinetwegen dazwischen drin bleiben, aber ich würde das nicht so nah dran machen. Ja, das war jetzt nur so eine Idee. Ja, ich sag nur so. Also. Ja, ich glaube so ist auch okay. Ja. Ja. Machst du dann das Schild da oben drüber? Das ist dann so geplant, dass dann ein Schild oben drüber kommt und dass dann da drauf steht, was drin ist, ja. Hier unten dann vielleicht die wichtigen Sachen und dann in der zweiten Etage das Zeug wie Dreck und Gobblestone und so. Okay. Würdest du es nicht andersrum machen? In der zweiten Etage vielleicht? Das wichtigere Zeug? Warum? Dann musst du jedes Mal, wenn du was Wichtiges brauchst, hochkrabbeln. Ja. Aber Dreck und Gobblestone braucht man ziemlich oft und das wichtige Zeug braucht man nicht so oft. Ich denke mal, es sind genug Truhen hier, um von jedem was hier unten reinzutun. Und dann halt das einfach was viel. Also wenn du viel hast und das eine Truhe nicht reicht, das nach oben. Oder so. Ich weiß nicht, vielleicht reichen die Truhen hier unten ja für unser Zeug erstmal soweit. Was geht mit dir? Nickst du? Okay. Ich hänge. Yeah. Ba-ba-ba-ba-ba-bam. Whee.